So Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Landwirtschaftssimulator 17 auf der Playstation 4. Und zwar wie ihr seht auf Losberg. Die ganz neue Map, die auf der Playstation zur Verfügung steht. Da haben wir uns direkt an den Tisch runtergeladen und haben schon mal zumindest mit der Einrichtung begonnen. Da haben wir die 100 Gold-Targets gesucht und gefunden. Damit wir zusammen mit der Community zocken können und auch immer was zu tun ist und jeder seinen Traktor hat, weil zwei Japaner würden 5, 6 spielen wollen und es gibt nur einen Traktor. So, das geht natürlich nicht. Deswegen fangen wir mal hier vorne an. Ein guter Umgang über den Hof. Hier das Silo. Das geht ein bisschen hinüber. Hier ist das Einkippen. Der haben wir uns hier geholt, weil wir wollen gerne die Saat und das Düngermittel nicht in BigPacks lagern, sondern hier in den Hänger rein und dann hier in der Ecke aufkippen. Da haben wir uns gesagt, hier die Saat hin, da der Dünger hin und dann kann man hier drauf rein fahren mit einem kleinen Frontlader und dann draußen die Sämmaschine beladen. Dann haben wir hier den Bergmann Ladewagen für die Strohablage, damit man die auch direkt verkaufen können und ein Joskin Hänger, um auf den Feldern auszuhelfen. Übrigens ein super Teil. So, machen wir einmal die Tür zu. So, ursprünglich war eigentlich hier geplant, einen kleinen Waschplatz hin zu machen. Leider kann man aber die Kärscher nicht auf einer gepflasterten Fläche abstellen. Deswegen haben wir den Waschplatz hier hinten gemacht. Hier kann man dann schön mit dem Traktor, Drescher, weiterem reinfahren, einmal sauber machen, wieder rausfahren, gut ist. So, den alten Case haben wir behalten. Haben uns aber ein anderes Schneidwerk geholt, inklusive Schneidwerkwagen. Und zwar das 10,50 Meter Schneidwerk. Das ist nämlich wunderbar für den Case. Eine Nummer größer ist leider nicht möglich. Dann geht der nämlich zu sehr in die Knie. Deswegen eine Nummer nach. Und hier haben wir einen kleinen Flug, damit wir die 10% mehr Ertrag schön einsacken können. Das ist übrigens ein Mod, der Zweitgröße, den es gibt. So, dann haben wir hier den Case. Den haben wir auch behalten. Noch einen Frontladeranbau dran gemacht. Gabel und Schaufel dazu, für Dünger und Saat zu fahren und zu laden. Und dreimal schön den Valtra, die N-Series mit der größten Motorausführung. In der Farbe grün-schwarz. Was übrigens sehr geil aussieht. Muss ich sagen. Das ist eine richtig schöne Farbe. So, jetzt gehen wir noch hier vorne in unsere Hande. Hier haben wir auch noch was. Wir haben uns den mittelgroßen Düngerstreuer geholt. Und natürlich eine neue Sämaschine. Die übrigens für D-Map völlig ausreichend ist. Noch größer muss ich sagen. Ist dann glaube ich schon zu extra. Die Felder sind nicht allzu riesig. Rükeck. Hallo. Grüß dich. Grüß dich Sebastian. Hallo. So, wie hab ich jetzt gedacht. Wir machen heute wie gesagt noch mal einen Singleplayer Livestream. Und ab morgen 15 Uhr findet dann auch der Multiplayer. Das Multiplayer Projekt statt. Zusammen mit Markus. Da könnt ihr dann auch gerne alle mitspielen. Und dabei sein. Wie wir hier unsere Map auf Vordermann oder unseren Hof auf Vordermann bringen. Und so was richtig großem aufziehen. So, für den Anfang habe ich mir gedacht, jetzt fahren wir erstmal ein bisschen Dünger und Saat auf unseren Hof. Damit wir hier schon mal was liegen. 304.000 Euro über. So, kann man das sehr gerne nutzen. So, dafür geht es jetzt einfach hier runter. Wir packen uns den Hänger. So. Übrigens alles sehr eng hier. Aber das ist so eine kleine Herausforderung. Gehört dazu. Wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal ein bisschen Saat holen. Dass wir hier mal einen kleinen Vorrat haben. Dass wir dann bald zusammen hier durchstarten können. Ich muss sagen, Lostberg eine sehr interessante Map. Wo es auf jeden Fall viel Spaß machen wird, darauf zu zocken. Aber Challenge mit 17 ist natürlich nicht abgehakt. Da wird es auch nochmal weiter gehen. Auch gerne zusammen mit der Community. So. Dann fahren wir jetzt nämlich mal Richtung Shop. Ich mache mal noch die kleine Karte an. Den Weg hier kenne ich zwar noch, aber auch für die anderen, damit sie direkt wissen, wo man später hinfahren muss. Lostberg ist natürlich wieder einiges größer als Chellington. Aber auch hier findet man schnell zurecht. Und wie gesagt, Felder haben eigentlich eine richtig geile Größe. Kann richtig lustig hier werden. So. Aber wir sind jetzt erstmal auf dem Weg zum Shop. Und laden einmal ein bisschen die Big Packs in den Hänger. Fahren die dann auf den Hof und lagern da dann in der Halle die Saat und den Dünger ein. So ist auf jeden Fall der Plan. Weil Big Packs immer dann aufladen auf den Hänger. Und dann auf den Hof transportieren, da wieder abladen. Da hatten wir nicht so das rege Interesse dran. So. Jetzt sind wir hier auf dem Hof. Die einmal abgemacht, die Plane. So. Jetzt drehen wir direkt. Da sieht man übrigens meine Gabel schon drin liegen. Die ich dabei habe. Die hängen wir uns jetzt an. So. Jetzt muss ich die erstmal ein bisschen weiter runter stoßen. Dass ich da auch dran komme. So. Passt. So. Jetzt gehen wir mal in den Shop. Ein paar Paletten Saatgut kaufen. So. Das sollte erstmal reichen. Jetzt stand ich da ein bisschen im Weg. Das ist aber nicht weiter schlimm. Wir setzen einfach dahinter neu an. So. Und jetzt laden wir einfach. Oh. Da backts wieder ein bisschen rum. Jetzt laden wir einfach die Paletten mit der Saat um. In den Hänger. Und den Hänger können wir dann ganz nüsslich auf dem Hof fahren. So. Wenn man das hinbekommt und ein bisschen langsamer macht. Dann kriegt man es nämlich auch hin. Zwei gleichzeitig zu packen. Und dann geht das eigentlich recht zügig. Muss ich sagen. So. Haben wir schon die ersten zwei leer. Ja. Übrigens der Case mit Breitreifen unterwegs. Gewöhnungsbedürftig. Aber ich find's geil. So. Packen wir uns die nächsten zwei. hoffentlich schnellt das. Sieht aber gut aus. So. Passt. So. Jetzt machen wir mal die nächsten zwei. Jetzt machen wir mal die nächsten zwei. So. Weil. und wenn die da bin ich schon wieder das hat mir nicht so ganz gepasst so da haben wir schon die nächsten zwei gleich schon das geht wirklich recht zügig muss man sagen und es ist für die zukunft einfach ich finde einfach dieses überall abladen genial gemacht und das muss man dann natürlich auch gut nutzen so dann kaufen wir noch ein paar da geht ja noch was dann schauen wir doch mal wie viel wir heute schaffen ich habe mir heute mal kein ziel gesetzt weil es ist immer der erste tag auf bloßberg einfach mal schauen was so möglich ist überhaupt aber das mit zwei auf einmal packen das funktioniert ganz gut ich bin auf jeden fall sehr zufrieden und der hänger ist auch fast voll dann haben wir schon mal die ersten paar tausend liter bei uns auf dem hof so kann man arbeiten wie lange hast du gebraucht die eine goldnagel zu finden sie wie ich schätze mal so die ersten zehn muss man selber finden da aber als kleiner tipp einfach an den bahnhof wo die zwei züge stehen hingegen da liegen etwa so 30 stück bis 40 sogar würde ich schätzen da ging das eigentlich recht zügig wie gesagt die ersten zehn selber finden und dann werden die letzten 90 in der map eingeblendet so da geht aber noch was wir holen noch ein paar wir haben ja noch genug geld und zwar auch schon gut was ausgegeben für neue traktoren übrigens Valtra ist nur zu empfehlen ich muss sagen mit den ganzen traktoren die es gibt und sie kosten auch nicht noch nicht so viel muss man sagen also die kosten halten sich in grenzen oh der hänger ist übrigens voll sehe ich gerade das heißt wir können die wieder ablassen einmal wie es sich gehört die gabel anklappen drauf und dann können wir schon den ersten hänger auf den hof bringen und einladen lagern vom shop shop bis zum hof ist auch gar nicht so weit das hält sich schon in grenzen die fahrerei hier und das ist eigentlich auch eine sehr sehr schöne gegend machen wir mal was höher sonst sehen wir ja gar nichts hier ist natürlich sehr eng wenn also wenn einem hier jemand entgegen kommt da muss man gezwungenermaßen auf der wiese ausweichen so ein aufruf für alle die natürlich lust haben mal zusammen zu zocken wir haben auf der playstation 4 eine community erstellt nennt sich die feldbewohner einfach nur kurze bewerbung name alter spielweise headset vorhanden zukommen lassen und schon können wir gerne auf flossberg mal zusammen zocken denn wir wollen hier ja mal ein größeres projekt draus machen so jetzt einmal mit dem hänger hier rückwärts rein ich hoffe das klappt so ich muss ein bisschen schräg anfahren so kann ich nämlich jetzt vorziehen so und ab in die ecke und einfach hier abladen und schon haben wir hier dann den vorrat daneben haben wir dann den dünger das ist auf jeden fall der plan den wir haben so wollen wir das machen die halle ist auch groß genug dass man hier ohne probleme aufgeben kann man sollte nur auf diese zwischenstange strebe aufpassen der toreingang könnte ruhig ein bisschen breiter sein da muss man schon sehen dass man so passt so dann fahren wir nämlich jetzt nochmal hoch jimmy ist gar kein problem wenn du keine zeit hast sebi ist ja auch noch da das passt alles gut aber danke dass du kurz reingeschaut hast jetzt fahren wir direkt mal wieder zu shop übrigens sehr real gehalten die map ich habe das letzt bei den gold nuggets suchen hier so ein begrenzungspoller mitgenommen und der ist natürlich tatsächlich auch weg geflogen ich weiß nicht wie es im ls 15 einfach nur durchfahren nichts passiert hier fliegen die dinger sogar wirklich wie in der wirklichkeit weg also wirklich sehr geil gemacht mir gefällt losbeck sehr so jetzt sind wir schon wieder beim shop dann können wir direkt hier fleißig weitermachen zuerst mal so einen kleinen vorrat haben und dann habe ich gedacht werden wir noch das erste Feld dreschen einlagern einlagern so nicht verlieren das hier ist eigentlich auch wieder ruckzuck da ist der hänger wieder voll dann noch einen hänger Dünger oder vielleicht noch zwei fahren fangen wir mal wirklich an das erste Feld abbrechen dass es da auch vorgehen geht so wir kaufen noch ein paar Rikki schön dass du wieder dabei bist nein ich spiele ohne die Geldcheatbox beziehungsweise wir ist ja auch ein Community Server hier heute nicht heute ist nochmal Singleplayer ab morgen Community und es ist geplant grundsätzlich komplett ohne die Geldbox zu spielen so jetzt direkt mit dem zweiten auf den Hof holen wir uns noch den kleinen Kramer Radlader wird dann so der kleine Hof nah sein damit man dann alles machen kann das sind so die nächsten Pläne Rikki morgen ist online morgen ab 15 Uhr mit Markus vorerst auf allen Gruppen beigetreten unsere Community Gruppe auf der Playstab die Feldbewohner denn nur darüber habt ihr dann die Möglichkeit mit uns zusammen zu spielen ich bin gespannt wie viele Nachrichten wir heute packen knacken wir die 100 knacken wir die 200 ich bin gespannt und ja da bin ich ein bisschen zu schnell um die Kurve so also ich kann euch wirklich nur empfehlen wenn ihr Bock drauf habt nutzt die Hänger oh ist schon wieder voll nutzt die Hänger um die Paletten die Big Packs damit leer zu machen und dann auf dem Hof zwischen zu lagern weil es ist auf jeden Fall viel angenehmer als die Big Packs auch aufzuladen auf dem Hof wieder abzuladen und dann irgendwo zwischen zu stellen und dann für die die es ordentlich haben wollen auch noch ordentlich aufstapeln das kostet alles Zeit und dieses überall abladen ermöglicht es einfach die Big Packs umzuladen dann hat man die aus den Füßen und gibt einfach die Hänger auf dem Hof ab so jetzt haben wir schon die nächsten 15.000 wir haben 30.000 Liter jetzt gleich schon auf dem Hof als kleiner Vorrat reicht das auf jeden Fall dann fahren wir jetzt noch ein, zwei Hänger Dünger die kippt man dann daneben und dann kann es eigentlich auch so langsam an die Feldarbeit gehen so du da vorne gib mal Gas hier sind 70 ich glaube der hat es nicht so mit Schildern lesen so jetzt sind wir bei neuen Zuschauern hallo an alle schön dass ihr hier zu uns gefunden habt und eine Runde zuschaut natürlich wenn es euch gefällt lasst doch gern ein Like da Rükeck hallo so wir sind schon wieder zurück auf dem Hof übrigens der Hof der ist geil also ich finde den mega diesen Hof die Lagerhallen die es hier gibt vor allem die Auswahl an Lagerhallen echt gut gemacht so nee das war ein bisschen zu weit ausgeholt jetzt fahren wir erstmal wieder rückwärts rein so wechseln die Ansicht ziehen einmal vor so dass der Hänger gerade kommt und kippen ab so das ist doch wunderbar jetzt schauen wir mal dass wir hier möglichst ein wenig Zügen raus kommen so ich sag ja sehr sehr eng da ist dann die Lampe im Weg aber diesmal hat es besser geklappt so fangen wir jetzt noch einmal zum Shop wir haben übrigens zum Anfang drei Felder 26, 31 und 40 wobei 31 ein Wiesenfeld ist aber 40 und 26 sind auch schon fertig gewachsen das heißt da begeben wir uns dann gleich mal hin und werden das erste Feld dreschen dann hauen wir den neuen Flug übrigens ein Mod drüber und säen dann direkt mal wieder neu an dass wir hier weiter kommen habt ihr schon mal Sielageballen gemacht? ja rückblick also auf dem LS 17 ich persönlich noch nicht aber beim LS 15 damals die habe ich übrigens ausgesprochen gern gemacht so wieder durch das enge Gästchen hier den lassen wir jetzt einfach mal hier stehen dafür haben wir keine Verwendung mehr jetzt machen wir hier ein bisschen Mineraldünger übrigens Flüssigdüngertank brauchen wir nicht wir haben uns nämlich keine Spritze geholt wir mögen mehr die Düngerstreuer um ehrlich zu sein so oh jetzt habe ich mein Gewicht so so jetzt so jetzt laden wir noch einen Hänger voll Dünger wie gesagt das eine Big Pack war leider zu viel aber das lassen wir jetzt erstmal da so stehen wenn man die Gabel zu tief ansetzt fängt sie leider an zu hucken das ist ganz schön Panne so aber so klappt das auf jeden Fall schon mal sehr gut muss man sagen so einmal entleeren ihr seht das geht ruckzuck sowas ich bin da wirklich ein Fan von so wie ich übrigens auch gesehen habe hier gibt es wieder schöne viele neue Mods auf der Playstation da bin ich nämlich auch mal am überlegen ob wir nicht mal so eine kleine Modvorstellungen machen sollen aber da bin ich mir noch nicht ganz so sicher oh oh ich glaube die Big Packs sind ein bisschen schwerer als die mit der Saat jetzt müssen wir aufpassen dass wir hier nicht zu sehr abheben jetzt gehts wieder so ach das klappt doch gut hier mit dem Laden so jetzt wieder vorsichtig beim hoch machen ich muss ja mal gucken das sind beides mal 1000 Liter aber anscheinend sind die mit dem Dünger die Big Packs ein bisschen schwerer als die mit der Saat obwohl in beiden 1000 Liter drin sind dass er dann in dem Moment beim hochheben ein bisschen abhebt so das sind mal die nächsten zwei was mich übrigens sehr freut ich kriege hier gerade wie ihr oben links jetzt gleich sehen könnt und eine oh da drum gebackt eine Anfrage nach der anderen rein für unsere Community diese rege Beteiligung freut uns natürlich sehr kann man nämlich immer vielleicht zusammen spielen zusammen auf der Losberg einen richtig geilen Hof groß ziehen schöne Geräte kaufen zusammen arbeiten zusammen Spaß haben und das ist unser Ziel so jetzt kaufen wir noch ein paar so das dürfte eigentlich reichen ich denke mal nach der Tour ist der Hänger auf jeden Fall voll so nicht wieder zu schnell gut dass da der Hänger war so nicht wieder zu schnell gut dass da der Hänger war so so ich denke mal er dürfte voll sein ja ist voll gut wir haben jetzt noch zwei Big Packs von der Dünger und eins von der Saat das machen wir jetzt ganz einfach stellen wir uns mal hier an die Seite die kann dann der nächste der dann für uns hier mal ein bisschen Saat holen muss dann mit aufladen das ist jetzt gar kein Problem die können da ruhig mal stehen bleiben sie verschilmeln da nicht sie verschilmeln da nicht übrigens wie ihr dann auch auf der Map Vorstellung sehen könnt es gibt Unmengen an Lagerhallen also wirklich an fast jedem Feld befinden sich Lagerhallen wo man seine Maschinen zwischenstellen kann die dabei haben seine Map echt nicht gespart also muss man gar nicht die eigenen Hallen hier als Mod bei den platzierbaren Objekten benutzen da gibt es übrigens auch schon wieder eine neue zeige ich euch mal kurz und zwar hier eine kleine Lagerhalle mit reingebracht da eine kleine Lagerhalle für Maschinen Traktoren haben sie von eigentlich eine recht günstige Halle ist nach vorne hin offen da kann man die dann platzieren und auch seine Maschinen unterstellen aber wie gesagt auf der Map eigentlich gar nicht notwendig so wir fahren zurück auf den Hof und dann würde ich sagen fangen wir mal an unser erstes Feld zu dreschen noch der Hof der bietet massig Platz hier übrigens wenn ihr Geräte zurücksetzt die tauchen dann hier auf dem Platz wo ich mich jetzt befinde auf heißt ihr müsst also nicht bis zum Shop fahren oder so sondern die landen direkt bei euch auf dem Hof so jetzt schauen wir doch mal wie wir hier klarkommen würde ich ja sagen ich zoome mal ein bisschen näher ran wir haben nämlich jetzt schon gut was eingelagert so der kommt jetzt dahin das ist so doch wunderbar so jetzt schauen wir doch mal was wir fertig haben ja Feld 40 und 26 sind fertig was haben wir da einmal Raps und einmal Weizen dann fangen wir doch da jetzt mal an unser erstes Weizen zu ernten so jetzt erstmal wieder hier raus ja so werde ich hier nicht raus kommen ich sag ja das ist hier gar nicht so einfach natürlich haben wir den Vorteil wenn wir hier unsere Saat abladen auf der anderen Seite wie ihr seht gibt es dann ein Tor wo man dann wieder raus fahren kann so jetzt können wir hier schön wieder rein fahren Plane drauf der bleibt hier Traktor fahren wir wieder zu unserem Unterstand und dann fahren wir natürlich mit dem Waltra mit dem Joskin Hänger und unserem Case auf das Feld so einmal hier rein übrigens haben wir uns wie gesagt das große Schneidwerk geholt einen Schneidwerkwagen dazu das ist nämlich für den Case und für diese Feldgröße völlig ausreichend so jetzt hier schön rum oh da kommt eine Stange ja Patrick du hast ein bisschen zu weit ausgeholt so jetzt haben wir uns einmal festgefahren ach ja ja so jetzt aber so ich würde sagen wir fangen bei Feld 26 an Tero erstmal Hallo an dich jetzt schreibst du der Hof hat auch einen extra Düngersolilo den braucht man nicht irgendwo abkippen der ist bei dem offenen Unterstand ach ich glaube ich weiß was du meinst ich glaube du meinst das hier kann das sein ich war immer der Meinung hier ist auch zum Silo weil wir haben ja auch hier eine Klappe aber tatsächlich ist es weiß dann müsste das ja tatsächlich Dünger sein gut wusste ich noch nicht auch gut zu wissen aber ich denke wir bleiben bei der Variante aber das kann man sich ja noch immer überlegen trotzdem vielen Dank für den Tipp so wie gesagt wir fahren jetzt zu Feld 26 gut dass es da ein Düngersilo gibt wusste ich persönlich noch nicht ich habe das zwar gesehen dachte aber eher mehr das wäre auch noch eine eine Abladestation für Weizen und so aber dass das Dünger ist das ist natürlich gut zu wissen nur lustig ist wir machen ein Düngersilo auf dem Hof aber keinen mit Saat aber naja gut das kann man sich natürlich dann gerne sparen dann macht man nur ein Haufen mit Saat und den Dünger kann man sich direkt aus dem Silo holen das kann man natürlich auch machen so da ist Feld 26 so wie ihr seht die Felder sind jetzt nicht so riesig da reicht wirklich das mittlere Schneidwerk für den Case völlig aus wir haben zwar jetzt noch das alte Case Modell aber es reicht für den Anfang Thomas hallo schön dass du wieder dabei bist so und hier kann man sich natürlich auch direkt mal überlegen Feld 25 und 26 miteinander zu verbinden so wir stellen den Wagen nicht da ab den stellen wir mal hier ab so ein bisschen an den Rand so schneidwerk dran was übrigens riesig ist uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui jetzt ab aufs Feld. Wir fangen mit der ersten Ernte an. Oh, ich habe ein bisschen was ausgelassen. So, das ist übrigens Raps, da ist die Strohablage... Ach, okay, da ist es zu unschief, der nimmt das nicht ganz auf. Raps, da ist natürlich Strohablage noch nicht möglich, aber hier hat man, wie gesagt, die gute Möglichkeit, die zwei Felder einfach miteinander zu verbinden und nach da oben hin sogar noch zu vergrößern. Das werden wir dann aber mal zusammen mit der Community durchsprechen, ob wir das so machen und dann ein gemeinsames Projekt daraus machen. So, zwischendurch was trinken. Ach, der liebe Patrick lässt schon wieder was stehen. Wir haben übrigens den Schwierigkeitsgrad normal gewählt. So leicht ist zu leicht. Wer zieht sich zu lang? Deswegen normal ist eigentlich da perfekt. So, jetzt lassen wir hier einmal den Helfer laufen und springen einmal hier in unseren schönen neuen Valtra 0,3 Stunden gelaufen. Und diese Farbkombi, also die, die ist echt geil. So grün, schwarz, war übrigens eine Idee von Markus. So ein Valtra, das sind eigentlich geile Traktoren. Die sind schon schick. So, jetzt haben wir uns unseren Hänger. So, einmal Innenansicht. So, wie ihr seht, hat genau, muss ich sagen, die richtige Größe das, was gut aussieht. Oh, nicht so schnell. So. 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 So, da sind wir auch schon. So, dann schwingen sie die Farren und machen das sie selber. So, dann schwingen sie die Farren und machen die Farren. So, dann schwingen sie 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 die Farren. So, deswegen auch wie gesagt, dieses Schneidwerk ist eigentlich ideal für den Case. Der Nachteil ist, man kann leider nicht, wie auch auf Chellington, während der Fahrt abtanken. Dafür ist das leider ein bisschen zu breit, dass man nicht daneben fahren kann, wenn es so ein bisschen schräg ansetzen muss. So, dann schwingen sie den Monach ifweis. So, dann schwenen sie die Farren. So, dann schwenen sie raus. So, ja. So, das waren schon die ersten paar tausend Liter. Das große Schneidchen sieht aber auch genial aus. Das wirkt schon. Auf diesen kleinen Case. Hier kommt jetzt natürlich nicht so die Menge raus. Das ist ja auch Raps. Raps hat nicht so viel Ertrag wie Weizen. Aber dafür gibt es halt mehr. Beim Verkauf. Wir werden aber erstmal grundsätzlich alles einlagern. Weil noch haben wir ja 330.000. Und sobald dann eine große Nachfrage kommt, werden wir fleißig abfahren. Sollte natürlich einen kommen, dürft ihr live dabei sein. Und so. Ich fuhre. Sollte natürlich eine große Nachfrage. Sollte natürlich auch noch ein bisschen aus. Sollte natürlich ein wenig los sein. so ich hoffe es bleiben auch fleißig die daumen nach oben da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen das wisst ihr ja ich sehe schon fünf daumen nach oben haben wir schon geht aber noch ein bisschen was dürft den stream wie immer auch gerne teilen liken und auch gerne abonnieren ich deute nämlich schon mal drauf hin unseren kleinen plan den wir haben wenn wir bis zum 31.12.2016 zum jahreswechsel 100 abonnenten haben machen wir in der ersten januar woche 2017 einen zwölf stunden community live stream da seid ihr natürlich dann alle herzlich willkommen kev hallo schön dass du wieder dabei bist so 12.26 haben wir schon fast fertig ich sag ja mit so einem großen schneitwerk geht das ratz ratz da kann man dann direkt zum nächsten weiter jetzt werden wir gleich hier erstmal unseren wald dran nehmen und pflügen dass wir zehn prozent mehr ertrag bekommen und dann werden wir auf jeden fall weizen anbauen dass wir dann auch die strohablage mit dem ladewagen verkaufen können dann kommen Ja, in der Anfang hat der Case ein bisschen zu kämpfen, also ich drücke da schon auf Gas, aber es passiert noch nichts. So, ich denke mal, eine Bahn noch und dann haben wir es schon. Ah, ich kann es. So, das bisschen nimmt man Bau noch mit. Am Anfang Siederlitter an Ertrag, kostbar. So. Oh, einmal leer machen. Lohnt sich ja die große Hänger fast gar nicht. Oh, einmal leer. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schauen wir mal, ob wir zu Feld 40 kommen. Aber von hier nicht. Ich weiß, dass ich mich jetzt auch noch fest vor... Ich weiß, dass ich mich jetzt auch noch ein bisschen... Ich weiß, dass ich mich jetzt auch noch ein bisschen... Ich weiß, dass ich mich jetzt auch noch ein bisschen... Hmm... So... Ich weiß, dass ich mich jetzt auch noch ein bisschen... Ich weiß, dass ich mich jetzt auch noch ein bisschen... Ich weiß, dass ich mich... Ich weiß, dass ich mich jetzt auch nicht... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt haben wir es eingeleitet. Man muss hier beim Auskippen aufpassen. Das ist natürlich der Nachteil hier dran, dass man nicht hier oben am Tor hängen bleibt. So, jetzt fahren wir zum Feld 40. Und dann fangen wir erstmal mit dem Pflügen an. Dann muss ich mich aber selber hier noch so ein bisschen orientieren. Nicht, dass man sich mal gern hier verfährt. So, die können wir mich jetzt einfach auch hier so stehen lassen erstmal. Und machen uns hier den Pflug dran. So, das Feld direkt wieder vorbereiten, dass es da wachsen kann und es weiter geht. So, der Pflug hat übrigens den Nachteil, er ist nicht zusammenklappbar. Dadurch leider, man sieht, eine leichte Überbreite. Das heißt, man muss wirklich aufpassen, wie man fährt. Und dann gibt es ja noch eine Nummer größer. Das heißt, nochmal breiter, da wird es dann schon schwieriger damit zu fahren. Ja, mir ist gerade aufgefallen. Und dann, ich bin mal wieder dran vorbeigefahren. So, der erste Einsatz von unserem Mod-Pflug. Ja, das ist einer der drei Mods, die es jetzt gibt. Aber ich muss sagen, cooles Ding. Und für die Feldgröße hier auch völlig ausreichend. Mit den großen Langen ist es ja auch schwer, auf enger Fläche zu drehen, zu fahren, zu wenden und sich frei zu bewegen. Hier könnte man natürlich das Feld auch noch durchführen. Verbinden ist ja auch eine Möglichkeit. Hätte man dann noch eine Nummer größer das Feld. Einmal in Verwendung, schon ist er dreckig. Ja, wir haben ja auch unseren kleinen Wattplatz gebaut. Da haben wir dann immer die Möglichkeit, die Maschinen auch wieder sauber zu machen. Was haltet ihr von der Map? Könnt ihr mal gerne einen Kommentar da lassen. So, jetzt können wir hier aber auch gleich den Helfer dran tun und wir können zurecht schon die Särmaschine holen. Und dann hier Weizen anpflanzen. So, Jimmy, hallo. Schön, dass du dabei bist. So, jetzt sind wir nämlich einmal rumgefahren. Jetzt kann man hier so schön Reihe für Reihe abfahren. Jetzt können wir uns noch mal kurz hier den Valtra anschauen. Das ist ein Valtra N-Series, größte Motorausführung. In grün-schwarz. Sieht auf jeden Fall geil aus. Und auch an sich, Valtra, finde ich geil. Die haben ja natürlich hier auch die Einrichtung, dass man auch rückwärts fahren kann und arbeiten kann. Also, das ist schon, Valtra sind echt gute und schöne Traktoren. Man könnte sogar noch einen Frontlader dran bauen. Haben wir aber bei allen dreien nicht ausgewählt, weil wir brauchen es momentan noch nicht. Und zur Not kann man ja auch den Hof den Traktor noch neu konfigurieren. So, durch das Flügen kriegen wir natürlich 10% mehr Ertrag. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen. Und durchs Düngen gibt es natürlich auch noch mal mehr Ertrag. Deswegen haben wir uns auch einen Düngerstreuer direkt geholt. Dass wir das auch auf jeden Fall mit nutzen können. So, jetzt haben wir hier mal den Helfer dran. Gehen wir in den dritten Valtra. Der uns nur 0,1 Stunden bisher gelaufen hat. Haben wir also vom Hof hier runtergefahren, abgesetzt. Und das war es schon. So, jetzt müssen wir hier 1, 2 ins dritte Tor. Ins zweite Tor, entschuldigt. Und uns mal die Särmaschine raus holen. So, das passt. Einmal den Deckel öffnen. So, und das war jetzt hier, wie gesagt, unsere Idee. Einfach hier vorm Tor stehen bleiben. In den Case rein. Und dann kurz die Düngermaschine geladen. Das hat was mit Realitätsnaht zu tun. So machen es auch die Bauern. So, die Gabel kommt nämlich hier hin. So, Schaufel gepackt. So, einmal wieder raus. Nee, wieder raus. Jetzt gehen wir mal kurz an die Draußenansicht. An die Särmaschine ran. Und diese dann aufgefüllt. Ich denke mal so, 2, 3 Schaufeln, dann ist die auch schon voll. So, wieder rein. Ah, das geht doch wirklich ruckzuck. Ich denke mal, man ist so auf jeden Fall besser dran, als mit den Big Packs. So, wir sind schon voll. Seht ihr, es waren jetzt knapp 2 Schaufeln. So, machen wir die einmal wieder leer. Das hält jetzt auch erstmal eine Zeit lang. So, können wir den nämlich wieder zurücksetzen. Schwingen uns in den Waltra und fangen an zu säen. So, jetzt sind wir übrigens mit fast allen Maschinen unterwegs, die wir momentan haben. Und ich bin ja heute noch allein unterwegs. So. Klappe wieder zu. Und wir brauchen auch geile Särmaschine. Kann man fast im Stand drehen. Also ein sehr kleiner Wenderadius. Oh. Jetzt bin ich aber wieder wahrscheinlich gegen eine Lampe gefahren. Die sieht man nämlich hier auch fast gar nicht. Das sind die kleinen schwarzen Dinger. Da achtet man so gar nicht drauf. Beim LS15 wäre man wahrscheinlich auch einfach durchgefahren. So, wir haben gesagt, wir bauen, denke ich mal, Weizen an. Wir haben noch Gerste, Raps, Sojabohnen, Öl, Rettich oder Gras. Aber Weizen mit Strohablage kann man da noch ein bisschen extra Geld machen. So, jetzt sind wir auf dem Feld. Der Helfer ist fleißig. So, anschalten, absenken. Und ab geht's. Ich denke mal, den Helfer werden wir jetzt ziemlich schnell einholen. Weil während er eine Spur macht, machen wir etwa zwei. Oder das so. Ich muss noch sagen, ich freue mich auf jeden Fall auch schon riesig mit euch, mit der Community zu spielen. Dann wäre das da hinten nämlich kein Helfer. Ich lasse hier was stehen, sondern jemand von euch. Da muss ich sagen, ich persönlich freue mich da auf jeden Fall schon riesig drauf. Und der Markus natürlich auch. Wie gesagt, es wird zwei Projekte gegeben. Einmal ein Offline-Projekt zusammen mit Markus. Das ist dann, wenn ich nicht kann. Da spiele ich einfach so, ohne Stream. Und einmal ein Online-Projekt. Das wäre dann mit mir. Und das ist dann auch inklusive Stream. Da ist es natürlich ein bisschen anders. Man muss sich ein bisschen mehr benehmen. Aber das kennt man ja. Aber das werden wir alles dann durchsprechen. Da sehe ich gar kein Problem. Ich bin nochmal gerade ein bisschen zu breit gefahren. Ich habe da ein bisschen was stehen gelassen. Jetzt mache ich es schon wieder. So passt das. Ich möchte aber gleich einmal hier vorne eine Spur fahren. Was man ja auch normalerweise macht. Nur ich wollte auch dem Helfer nicht zu sehr in die Quere kommen. So geht es auch. Ja, aber auch der Valtra hat hier, obwohl er mehr PS hat, als die Maschine benötigt, Bergkuch ein bisschen zu kämpfen. So, wie ihr seht, den Helfer holen wir so langsam ein. Und gleich müssen wir natürlich auf jeden Fall das Feld auch noch düngen. Weil diese Maschine hat jetzt keine eingebaute Düngerfunktion. Das geschieht dann separat über den Düngerstreuer. So. Na, er kämpft. So, mir wurden gerade zwei neue Nachrichten hier auf meinem Bildschirm angezeigt. Allerdings sehe ich sie gerade leider nicht im Chat. Doch, jetzt jetzt sind sie da. Ich schicke deinen Kanalnamen an meinen Freund. Ja, danke. Das wäre super nett von dir. Immer dran denken, fleißig liken, teilen und auch gern abonnieren. Denn dann gibt es auch den großen, geplanten 12-Stunden-Stream. So, jetzt nächste Reihe haben wir den Helfer eingeholt. Das ist halt der Nachteil an denen, die brauchen so lange, um zu wenden. Was der hier gewendet hat, neu ansetzt, bin ich schon längst wieder weg. Ich bin schon längst wieder weg. Ich bin schon längst wieder weg. U�, ich bin schon längst wieder weg. Ja, da war der Baum im Weg, so, jetzt wechseln wir nämlich einmal, und zwar lösen wir mal den Helfer ab, damit das hier mal ein bisschen zügiger geht. Also wie gesagt, so ein Feld ist schnell geflügt, gegrubert, angesäht, gedüngt, wirklich ruckzuck. Jetzt anfangen wir natürlich nur drei Felder, beziehungsweise zwei, weil das dritte Feld 31 ist ein Grasfeld, da kann man natürlich viel machen, da stockt die Arbeit ein bisschen, aber wir haben noch 330.000, davon wollen wir dann jetzt morgen, oder wann auch immer das nächste Mal dann spielen, ein paar Felder noch dazu, dass wir dann auch ein paar Felder mehr anbauen können, wenn noch immer was zu tun ist. … Untertitelung des ZDF, 2020 So bis jetzt hier, wenn der Helfer gewendet hätte, habe ich schon fast wieder eine Bahn fertig. So, ich nochmal. Die Maschine ist eine Direktsaatmaschine. Bei dem Modell braucht man vorher nicht Kuban. Nur ein Tipp, Schaden tut das Kuban auch nicht. Terro, danke für den Tipp, das weiß ich. Das hier ist aber flügen und nicht grubern. Wir grubern, jetzt bringst du mich schon ganz durcheinander. Wir lügen nur, damit wir die 10% mehr Ertrag bekommen. Und dann haupt man danach die Maschine noch drüber. Uber direkt, das ist richtig. Hier handelt es sich um den Mod, den zeige ich euch mal kurz. Hier bei Funk. Super. Da gibt es drei verschiedene, ne? 7 bis 9, der 9er und der 11er. Drei verschiedene Größen. 360, 80, 75. Wir haben momentan, sehe ich gerade, den 360er, weil der 480er braucht schon 225 PS und der 375 PS. Das sind so die nächsten Investitionen, die geplant sind, auch einen größeren Flug zu holen. Aber ist ja heute der erste Tag auf Lochsberg. Jeder fängt klein an. Man kann sich das Flügen natürlich auch sparen. Dann macht man eigentlich einfach das Häkchenrost bei Flügen notwendig und schon muss man es nicht mehr machen. Aber wir wollen halt der Realität nahe kommen und daher haben wir uns dafür entschieden, das Flügen mit reinzunehmen. Und dann machen wir das natürlich auch sehr gerne. Ja, der Mod ist aber noch ziemlich neu. Ich meine seit gestern erst draußen. Ich kenne ihn wahrscheinlich viele noch nicht. Er ist halt praktisch, weil er ist klein, dafür aber breiter. Mit dem kann man gut wenden und hat nicht das Problem, dass man hinten da einen Reifen dran hat und beim Rückwärtsfahren, der man gerne zu sehr ausschert. Also das ist schon echt ein guter Mod. Also das ist schon jetzt auch schon. Ich pufe viel anbauten. So, jetzt haben wir das auch schon fast. So, jetzt haben wir das auch schon fast. So, jetzt haben wir nochmal den Helfer rein. Können wir nämlich weiter säen. So, wechseln wir mal auf Innenansicht. Kann man sich den Waldraum nochmal innen anschauen. Die Spiegel, die es hier gibt, haben ja auch endlich einen Sinn. Ich weiß auch, bei LS15 haben die irgendwo hingezeigt. Nur nicht dahin, wo man es braucht. Und mit dem Update haben die ja das schnelle Kameraschwenken jetzt auch mit reingenommen. Okay. 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 Ja, Waldraum ist wirklich schön. Finde ich sogar fast noch besser als ein Fett. So, jetzt drehen wir einmal so rum, ob das hier mit den Bäumen passt. Okay. 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 So. So, jetzt kann man natürlich auch hier einmal längs lang fahren, ich weiß halt nur nicht wie weit der Helfer das dann wieder weg pflügt, deswegen gehen wir jetzt mal nur bis dahin, es ist auch schon recht eng hier, also die Bäume so direkt an den Feldrändern stürme ich manchmal selber. So, wir können aber auch mal So, entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber ich bin schon wieder da. So, ich denke mir jetzt passt das auch perfekt mit dem Helfer, dass wir den nicht wieder überholen. So, das kleine Action da, das lassen wir jetzt einfach weg. Das ist nicht weiter schlimm, oh, das war mal eine schöne Wendung. Ja, das ist genial mit dieser Sämaschine, die man wirklich, ich würde sagen, im Stand drehen kann, funktioniert das echt super. Übrigens auf Losberg ist natürlich auch wieder die Forstwirtschaft möglich. Das war es ja vorerst auf Challington 17 nicht, wobei heute auch auf Challington 17 ein Update rausgekommen ist, Version 2 nennt die sich. Und da haben die jetzt auf Challington auch eine kleine Forstecke mit eingerichtet mit einem Sägewerk. Und da habt ihr dann jetzt auch die Möglichkeit Forst zu betreiben, ist aber wirklich nur ganz klein gehalten, weil die Map geht ja mehr auf die reine Agrartechnik, also auf das reine Anpflanzen, Säen, Dreschendüngen und so weiter und natürlich die Viehzucht. So und hier auf Losberg ist die Forsttechnik im vollen Umfang vorhanden und auch möglich. Wir haben uns aber jetzt vorerst hier das nicht vorgenommen, wir wollen jetzt erst mal schauen, dass wir hier gut Felder uns kaufen und die fleißig anbauen und dann eventuell nebenbei noch zur Forsttechnik rüber wechseln. Ja, Tero genau, man kann natürlich auch eine Kettensäge holen und eine Fräse mieten. Dann kann man natürlich die Bäume, die sich hier so rund um das Feld herum, die einem manchmal einfach im Weg sind, natürlich schnell fällen, die Baumstümpfe, die überbleiben, wegfräsen und den Baum dann beim Sägewerk direkt verkaufen. Dann haben wir gesagt Forsttechnik werden wir bestimmt auch hier mit reinnehmen. Es ist ja auch ein großes Langzeitprojekt, zusammen auch mit der Community. Wir haben ja die Gruppe eröffnet, dass wir dann zusammen mit der Community spielen. Und dann wird das hier immer weitergehen, dass wir auch hier uns viel entwickeln, vieles anschaffen werden und auch noch in ein paar Monaten hoffentlich alle fleißig zusammen spielen. Und dann gibt es natürlich immer ständig Livestreams dazu, dass ihr auch den Verlauf, den Aufbau des Hofs mitbekommt und nichts mehr verpasst. So, der Helfer hat denke ich mal noch zwei Bahnen zu fahren. Fabio und Christian, hallo, ich soll euch doch recht herzlich mal vom LS17 Zocker grüßen. So, Helfer, gib jetzt mal Gas, wenn ich gleich wieder hinten dran hänge. Gern geschehen LS17 Zocker, gar kein Problem. So, jetzt hängen wir aber schon in der Spur vom Helfer mit drin. Ich weiß, wir gehen jetzt mal ein bisschen rüber, dann kann er da noch seine letzte Spur fahren. Nee, du wirst nicht durch ein Objekt blockiert. So, damit das hier ordentlich ist, drehen wir jetzt noch einmal hier am Rand entlang. Wie alt bist du? Ich bin 25. So, der Helfer hat auch erfolgreich die Arbeit erledigt. So, dann fahren wir nämlich jetzt direkt mit dem auf den Hof und holen den Düngerstreuer. Düngen hier noch. Und dann denke ich mal haben wir auch für heute die Arbeit soweit gut erledigt. Auf jeden Fall schon ein Feld komplett abgeerntet. Einen Flug drüber, gegrubert und gesät gleichzeitig. Jetzt düngen wir noch. Davor haben wir noch ein paar Wagen Saat- und Düngermittel bei uns auf den Hof gefahren. Also jetzt so für, ich denke mal es waren jetzt etwa anderthalb Stunden, hat man auf jeden Fall schon gut was geschafft. Und ich denke mal die nächste Runde wird dann zusammen mit der Community sein, die jetzt bei uns alle in der Gruppe drin sind. Wir sind übrigens jetzt glaube ich mittlerweile elf oder zwölf Mann schon. Also hier ist ein großes Interesse, das freut uns natürlich sehr den Markus und mich. Und wir freuen uns natürlich, das ist das euch angesprochen, die Überbreite. Wir freuen uns natürlich schon riesig drauf mit euch zu spielen. Cool, okay, ich zocke LS17 auf dem PC, ich habe Privatmods, du auch? Jupp. Auf der Playstation 4 gibt es ja seit dem LS17 auch Mods frei zur Verfügung. So. Einmal kurz sauber machen. Und dann kann das schon wieder mal zurück in die Halle. Ist übrigens sehr eng. Ich frage mich auch noch, wie wir das lösen, wenn wir mal die größeren holen. Da kann ich mir nämlich vorstellen, dass die nicht mehr einfach so da rein passen. So. Jetzt müssen wir einmal hier dran. Und das zumachen. So, und da haben wir jetzt unseren Dümmerstreuer. So, Klappe auf. Und jetzt habe ich erfahren, haben wir hier vorne, eine Beladestation, aber ich kann mir nicht vorstellen. Nein, das geht nicht. So, das heißt, wir fahren jetzt hier wieder rüber in unsere Halle. Schwingen uns in unseren Case wieder und machen auch noch den Dümmerstreuer voll. So, ich denke mal, ich glaube eine Schaufel reicht da nicht ganz. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, wie viel rein geht. Oh, das war ein bisschen zu weit zurück. Nicht wundern, es sieht so aus, als würde es durchfallen. Tut es aber nicht. Tschüss, Alice, sitzen zocker. Danke, dass du zugeschaut hast. Und jetzt. Jetzt ist es so gut. So, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, ich weiß nicht. So, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, ich weiß nicht. So. Jetzt haben wir den zu knapp 70% voll. Für das Feld reicht es auf jeden Fall. So, jetzt haben wir den ersten Einsatz, auch von unserem Düngerstreuer, der übrigens gut Meta macht, also hiermit ist so ein Feld ruckzuck gedüngt. Man muss natürlich beim Düngen aufpassen, nicht unnötig lang laufen lassen, denn auch außerhalb des Feldes geht Düngermittel verloren. So, jetzt gucken wir mal kurz hier noch. So, das gerade fertig machen. So. So. Oh, nicht so schnell immer. Ja, der Waldrad hat auch schon gut zu kämpfen, wenn man ein bisschen zu schnell fährt. Verliert ja gern mal das Gleichgewicht. Seht ihr? Ah, das war leider ein bisschen zu schnell. Na gut, aber so eine Sählmaschine, die schiebt ja auch. Das ist wohl völlig normal. Ich habe denn mal. So. So, jetzt kommen wir nämlich hier einfach schön rückwärts rein. Einmal sauber gemacht, das ist wirklich ein gut angelegter Waschplatz. So, jetzt wieder zurück in die Halle rangieren. Klappe zu. So, jetzt kommen wir noch fertig dummen. Und dann hoffen wir doch, dass das Weizen schön schnell anwächst. Wie gesagt, nicht unnötig laufen lassen die Düngerstreuer. Ja, denn auch da wo schon gedüngt wurde, streut er weiterhin und der Tank wird leerer. Bei der Säermaschine ist das nämlich genau anders. Da passiert komischerweise nichts. Na, die 100 Nachrichten werden wir wohl heute nicht packen. Hallo Pijoko, spielts wieder Multiplayer? Hallo Pilzladen? Nein, heute Singleplayer. Erster Tag auf Losberg. Kleinere Arbeiten nur. Nichts Besonderes. Aber ab morgen dann auch mit der Community. Und dann haben wir das Düngen auch schon geschafft. Hier hätten sie dann noch so einen kleinen Eingang machen sollen. Zuerst einmal immer hier rumfahren, damit man dann zurück auf den Huf kommt. Ja, einmal sauber machen. Aber ist schon gut dreckig geworden. So. Jetzt fangen wir die wieder in unsere Halle rein. So, wunderbar. Auch mit den Hallen auf und zu, dass das alles so schön funktioniert. Bin ich echt mit zufrieden. So, jetzt gucken wir mal, dass das hier so passt. Ist aber trotzdem schön zum Zuschauen. Ich habe heute einen schlechten Tag, weil ich Steam heruntergeladen habe, ein Guthaben gekauft und es nicht funktioniert. Oh, Pilzer. Erstmal vielen Dank für diese positive Resonanz auf meinen Stream, dass dir das auch Spaß macht. Das freut mich natürlich sehr. Und für deinen Steam und Guthaben, das ist natürlich ärgerlich, wenn man das macht und es dann nicht funktioniert. Daher kann ich dich voll verstehen. Ich schaue für, dass ich dich mit meinem Stream wieder ein bisschen aufheitern kann. So, jetzt haben wir hier noch Weizen. Das Feld machen wir jetzt gerade auch noch. Dass wir dann wieder mit dem Brecher zurück auf den Hof fahren können. Und ein bisschen aufräumen können und dann passt das für heute. Das Feld ist jetzt auch nicht so riesig. Das wird recht zugegeben. Man hört auch, dass wir mal in der Nähe von einem Walz sind. Vogelgeswitscher. Ja, ich stelle mal das Feld. Zwei volle Tanks werden bei rumkommen. Ist halt jetzt Weizen. Ah, apropos Weizen. Ich sollte doch mal die Strohablage anmachen. Schön, dass es mir jetzt noch zum Glück eingefallen ist. Jetzt haben wir schon ein bisschen was verballert. Das ist aber nicht weiter schlimm. Kann jedem mal passieren. Wie gesagt, Strohablage natürlich an. Wir haben uns ja einen Ladewagen gekauft. Und wollen diese dann natürlich auch in der Scheune verkaufen. Vielen Dank für dein Like. Freut mich sehr, dass es dir gefällt. Vielen, vielen Dank dafür. Deswegen Leute, denkt immer dran, wenn es euch gefällt, lasst doch gern ein Like da. So, mit der Strohablage muss man natürlich jetzt wieder aufpassen, dass man nicht zu wild hin und her fährt. Umso schwieriger wird es, sie später einzusammeln. Kann man nämlich bei der nächsten Runde direkt hier die Strohablage noch einsammeln und verkaufen. Und dann natürlich hier direkt wieder pflügen, gubern, säen, düngen. Acht Likes lese ich gerade. Vielen, vielen Dank dafür. Das finde ich echt super. So muss das weitergehen. So, und denkt nochmal dran an die 100 Likes zum Jahreswechsel. 12 Stunden Livestream als Belohnung in der 1. Januarwoche 2017. Community Livestream im Multiplayer. Jeder ist willkommen. 12 Stunden lang. Ja, es wird wahrscheinlich nur ein voller Tank. Ich habe das Feld ein bisschen größer eingeschätzt, aber das macht ja nichts. Ich habe das, ich hoffe es selbst machen mit denen, das ist schon so sehr gut. Das ist ja ganz prima. Okay, jetzt geht's. Dann geht's mal. Und ich gehe mal. Sagarwo in der 2. Januarwoche ist hier. Sagarwo in der 2. Januarwoche. Was ist keine Ginger cho, Bioweck. Sagarwo in der 1. Januarwoche. und sch completes... Die 1. Januarwoche. Wenderm rescued dieako und eigentlichropolis von sensors. ier很多, hast du mehr probier. Scheisse, liebe 2018 pros Macheratin Gloria. So, vorletzte Bahn. Hier müssten wir eigentlich nur alles reinbekommen. Ja, das wird ganz schön knapp. 97%. 98%. 99%. 100%, aber das bisschen, das können wir stehen lassen, das zählt nicht. Alles klar, Pilzer, bis gleich. So, jetzt tanken wir einmal leer. Und unsere Riesenhänger. Und unsere Riesenhänger. Ja, das Abzapfen, das dauert schon so seine Zeit. So, jetzt haben wir es aber. Im Übrigen vom Case sind wir hier gerade mal zu 20 Cent befüllt. So, jetzt muss ich aber die Map öffnen. Jetzt verfahre ich mich. Ich würde mich auch anklagen. Bei großen Nachfragen. Wenn man wieder schön hier. rückwärts rein. So, jetzt müssen wir da mit dem Dach aufpassen. Aber es passt. So, jetzt stellen wir den jetzt ab. Der ist nicht so eine Strecke geworden. Das muss aber erst der Case hier raus. So. So, den wieder da rückwärts rein. Ach, da liegt jetzt die Gabel im Weg. Aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Die Bromme momentan noch nicht. So. Passt. Der ist sauber. Der muss nicht mal geputzt werden. Hier unsere schönen drei neuen Waldtrass. Wunderbar. So. Hier wieder das Schneidwerk warten. Da das die mittlere Stufe ist, hat er in dem Schneider noch keinen eigenen Wagen drunter. So. So. Okay. zusammenklappen jetzt fahren wir mit dem Geschoss wieder auf unserem Hof ja vor allem mit unserem Geschoss wir hatten einen Wendekreis das ist unglaublich Wendekreis Wien Panzer so, jetzt aber müssen wir auf jeden Fall in den Kurven immer schön ausholen, dass man nirgendwo hängen bleibt so, jetzt machen wir auch direkt das Tor zu, damit die Hunde nicht auslaufen so, jetzt machen wir auch direkt das Tor zu, damit die Hunde nicht auslaufen stellen unser Schneidwerk mit dem Wagen wieder in die Halle dreckig geworden ist, das haben wir auch nicht jetzt muss ich nur gucken, dass ich da ordentlich reinkomme da hat er gut geklappt so so dann haben wir untergestellt ne nicht Licht an Motor aus Tür zu ja so und somit haben wir heute unsere Arbeit erstmal getan ich bedanke mich fürs Zuschauen und immer daran denken, wenn es euch gefällt lasst gerne ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal vielen Dank und bis dahin auf Wiedersehen und hier auf die 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 Vielen Dank.